Von den Politikern habe ich in der letzten Zeit nichts gehört, dass sie irgendwas gemacht hätten, dass das ein Darmkopfwerk verhindert wäre. Warum wird hier nichts gemacht? Habe ich eine Regierung, die was für wichtige Sachen für die Bevölkerung vielleicht nichts überhat? Eine Regierung muss für das Volk da sein, als erstes. Eine Regierung muss für das Volk da sein, als erstes. Und wenn es für das Volk da ist, dann müssen sie den Nachbarn umfohlen und verhandeln, dass das Darmkopfwerk nicht in Betrieb geht. So ist es. Warum höre ich da nichts? Warum macht keiner was? Ist keine Regierung vorhanden mehr? Ich höre vorhanden mehr. Wo ist die Regierung? Wo ist die Regierung? Wo ist die Regierung? Ich frage mich, war der Herr Kurz nach Brüssel vor der Gehren? Ja, Herr Kurz nach Brüssel vor der Gehren. Aber zu den Nachbarn fährt er nicht so gern anscheinend. Nicht so gern anscheinend. Er muss rüberfahren, auf den Handel. Auf den Handel. Dass das verhindert wird. Warum macht er nichts? Macht er nichts. Ist aber lebt. Bitte, er legt ab dein Tankerferkel. Legt ab dein Tankerferkel. Warum macht er nichts? Warum nichts? Na ja, wir werden mal schauen. Ja, wir werden schauen. Ob er munter wird. Ob er munter wird. Wird.